Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Hearts und wir zocken hier weiter in der Halloween Town und zwar geht es in dieser Folge gegen den Boogie, MC Boogie warum nenne ich den MC Boogie, weil ich irgendwie den normalen Namen vollkommen verplant habe irgendwas mit Boogie auf jeden Fall außerdem MC Boogie klingt doch gleich viel fresher oh ich glaube da waren wir in einem Kürbis auf einmal so das ganze Bild orange oh die können explodieren wir nehmen uns hier nochmal den Haufen von Monstern vor bevor wir da hingehen ist noch ein kleines Workout vorweg und dann schnappen wir uns den kleinen und ich hoffe wir schaffen ihn diesmal äh letztes Mal war das nicht so der Burner ich trinke nochmal einen Schluck vorher ja die anderen müssen das jetzt allein machen ohne Witz ey habt ihr es geahnt wie schnell ich abkacken würde wenn ich nichts mache eieieiei das ging richtig richtig schnell das ist auch das Problem warum ich bei MC Boogie ähm beim ersten Mal richtig abgelöst habe weil es einfach wir kacken einfach zu schnell ab immer noch wir kichern und ok Ja, komm! So, jetzt aber zu MC Boogie, komm! Wir müssen noch den ganzen scheiß Turm hochklettern. Wo ich vielleicht auch die Gegner einfach links liegen lassen werde, weil mich das nervt. Da hab ich keinen Bock drauf, weil hier fällt man eh nur runter beim Schlagen. Ja, da hätte er sich ruhig mal ranhängen können. Ja, lauf wieder runter, ey. Ich fasse es nicht, ey. Ach so, da musste man hoch springen. So, ich lass die beiden da mal chillen. Wir machen uns schon mal auf dem Weg. Wir machen uns schon mal schnell hin. E-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Easy Ach, warte mal Ich Idiot, wir müssen hier gar nicht hin Wir müssen runter Äh, falsche Richtung Wir müssen nämlich Da unten ist irgendwie so ein Genau, hier links runter Da ist dieser Eingang Wo wir hin müssen Oogie boogie, gib mir das Herz wieder Also, neues Spiel, neues Glück Du willst es haben? Dann komm doch her und hol es dir Wollen doch mal sehen Junge Und jetzt sind wir wieder im Spiel Hier Oh, haben wir den schon mal? Oh, ich glaube, das war nicht gut Oh, die geht doch mal zur Seite Okay, was nehmen wir denn jetzt? Ach so, wir müssen wahrscheinlich Da, wo er steht Ja gut, hier ist er Raum auf die Bratze Ja, jetzt hat er uns wieder runtergeschlagen Worum wir die anderen beiden waren Denzen, Mann Oder Sensen-Tanz Wollen wir mal gucken, wo ist er denn? Oh, diesmal habe ich sogar Goofi dabei Sauber Ah, diesmal sind alle dabei Aber das ging viel zu schnell Achso, bestimmt schubst er einen Immer einem gewissen Äh, Schadensgrad runter Diesmal klappt das aber nicht so gut Ist ja schneller geworden Oh, shit Fuck Da haben wir Habe ich aus Versehen Das Falsche erwischt Ok, wir sind die Wie geht es dir? Han! Wollen wir weg? Binnen, wir gehen Deine, wir gehen Wollen wir weg? Wollen wir weg? Wollen wir weg? Die 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 na haben wir es so eine runde müssen wir wohl noch aushalten leute kommt da weg russer haben wir nein noch eine runde die würfe darfst du gar nicht treffen die sind viel zu hart was geht denn jetzt ab das hat ja gerade gar nichts gebracht ich dachte jetzt sechs alter gibt richtig hat er nicht auch gesagt alle maschinen wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir haben es geschafft oogie boogie jetzt habe ich es jetzt komme ich wieder auf den namen oogie boogie nicht mc boogie aber mc boogie habe ich ja eh nur auf spaß erfunden aber oogie boogie heißt er da ist wohl die luft raus oder auch die krabbelnden krabbelviecher das herz war letztendlich doch eine fehlkonstruktion heidigen ring erhalten anzen bericht 7 erhalten anzen bericht oh was das geht denn da war es das noch nicht nochmal müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen also müssen wir diese dinger vernichten oder er ist randvoll mit der macht des dunklen da müssen wir erstmal jetzt an ihm hoch krabbeln klettern ja hier geil ey kommen wir dann überhaupt am besten da ran ey ich frage mich wie wir von hier unten jetzt überhaupt nach oben kommen also na das ist ja schon mal super gut gelungen da haben wir doch schon den ersten fleck so einen haben wir schon mal erledigt gut da rein geht es nicht in die richtung geht es glaube ich auch nicht weiter sondern hier müssen wir weiter oder oder doch nicht gehen wir jetzt mal auf der seite hey das ist doch ach guck mal da ist ja auch noch ein da ist schon der nächste dame so oh was soll denn der fuck aber guck mal hier haben wir auch einen auch wenn es ein bisschen durch zufall jetzt gekommen ist dass wir hier gelandet sind aber auch schon mal etwas ja wir schaffen es ist eine interessante technik haben wir das auch erledigt da hat er auf einmal richtig hingelangt sehr spacken so erstmal der schwarze flecke muss weg so dann haben wir da noch einen ist jetzt noch mehr ok dann gehen wir mal weiter nach oben ok ok wir haben es geschafft und wir haben es geschafft zwei bossen in einer folge wir hauen raus ja im prinzip natürlich zweimal derselbe boss aber wir nennen mal den einen MC boogie und der andere war ugi boogie um das ganze ein bisschen kreativer zu gestalten und da haben wir jetzt auch das schlüsselloch hier gefunden was gar nicht klein ist ja ja man musste ja nicht übertreiben oder so das schlüsselloch habt ihr dafür dass das so groß war sind hier aber gar nicht so viele herzlöse reingekommen die kraft der sterne erlernt gravitas wunderbar ach sally warum habe ich nicht auf dich gehört nicht traurig sein jack uns wird für halloween schon was neues einfallen und diesmal machen wir es gemeinsam genau gar nicht kitschig ich schätze wir haben keine andere wahl wir müssen das herzlose halloween fest wohl streichen hier das schenke ich dir kukubita erhalten ich glaube der geht ab besuche uns jederzeit wieder sora das nächste halloween fest wird das gruseligste aller zeiten gefühle erinnerungen wir haben alle nötigen zutaten benutzt was braucht man denn noch um ein herz zu machen was da ist ein herz überhaupt ich weiß es einfach nicht tja opa so das war es dann auch schon mit dieser folge wir haben ja einiges in dieser folge geschafft ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich natürlich freuen wenn ihr in der nächsten folge wieder mit dabei seid und bis dahin sage ich erstmal tschüss und auf wiedersehen